Aber GTA, da kann man viele Challenges machen. Ja, ich wollte halt so wirklich Abwechslung haben. Ich wollte zuerst ein Spiel an Dings. Aber zu zweit, ich glaube, ich würde das eh nicht so machbar sein. 24 Spiele. Ja, eben 2 Spiele, 2, also Kugspiele. Solo habe ich eben nicht, da habe ich ein paar Spiele. Da habe ich noch eine Minecraft Challenge gehabt. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Wenn man sich verzählt hat. 15. Wow, so viel? Spiele habe ich schon gehabt. Snowballer, Euro Truck Simulator. Ich kann mich mal gut. Snowballer, Euro Truck Simulator. Hunter, Red or not, Minecraft, so schnell wie möglich ins Nether kommen Scheiße, das ist der schissene Weg Okay, weiter gehts, GTA? GTA könnte man wahrscheinlich schon einen eigenen Kalender machen Ja, haben wir ja schon ein paar gehabt, oder? Ja, aber nicht wirklich durchgezogen Wir haben ein paar mal gemacht, oder? 5, 6 Mehr Plötzlich GTA, DQ Ähm 7 Warte Manchmal habe ich echt Angst, dass der Anhänger kippt und mit mir dann kippt F1 könnte man eine Challenge machen 1 1 2 4 5 Hand hätte ich jetzt noch gehabt. City Skylines hätte ich eine gehabt für mich. Sons of Forest. War eine Idee. Hätte ich schauen müssen, ob das umsetzbar ist. Dungeon Defenders hätte ich eine gehabt. Das geht noch. Ja, warum soll das nicht gehen? Es hat letztes Jahr sogar wieder ein Rework Update bekommen, weil da zwei oder drei nicht so gut läuft. Ah, okay. Da gibt es schon drei, glaube ich. Ist das der bliebten Teil von Dungeon Defenders? Ich glaube schon. Ja, das muss ich so gut machen. Oder ich höre mich. Achso, ich hätte davon nichts gehört. Slenderman sind 14. Jetzt weiß ich nicht, was ich vergessen habe. Aber ich sage, wenn ich gerade auf hart hätte, das ganze Jahr würde ich sicher auf jeden Fall das Spiel kommen. Gehen wir mal, dann. Ehm. Schon... ... Das war's. Das war zum Beispiel meine Challenge gewesen, du wirst ja immer bewertet mit einer Note und wie lange du gebraucht hast. Ich habe mir gedacht, was ja bis Mitte, Ende des Jahres habe ich so jede Mission schon ein paar Mal gespielt. Da mache ich per Zufall eine Mission und die muss ich dann die Zart schlagen. Das war zum Beispiel meine Challenge gewesen. Alter, ich will jetzt den Shopken nicht drücken. Ich habe den Shopken nicht drücken. Schade, dass du kein Wrestling hast oder so, aber da könnte man sicher auch so Challenges gegeneinander machen. So, ich hab auch nicht mehr gespielt, gell? Was? Wrestling-Spiel. Welches? Irgendwann hast du ja begonnen, oder? Zum streamen. Ja, stimmt. Aber das Neueste könnte geil werden. Jetzt hab ich gelesen. Ja, warum? Da ist ja die 40-jährige Wrestlemania und da machen sie so einen Showcase mit angeblich über 40 Matches oder so, wo du wirklich einen Rückblick hast auf die Wrestlemania-Momente, auf die besten. Aber was hat das mit dem Spiel zu tun? Was? Was ist das denn echt? Wrestling könnte geil werden, oder? Nein, Spiel. Die machen das im Spiel, oder was? 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 Das mit den Wrestlemania? Ja, da spielst du einfach die Matches nach, quasi. Ach so. Was ist denn jetzt? Was generell Neues? Schade, also wie gesagt, Wrestling hätte mich voll gereizt, wäre das wieder gegangen mit den KIs. Da wäre ich sofort dabei. Müsste ich schauen, ob das bei den AEW-Spielen geht. Aber, muss man eben schauen. Aber es hat leider auch nicht gefallen, nein. Ich möchte mir das am PC holen. Aber... Dadurch, dass ich auch die Tonprobleme nicht in den Griff kriege auf der Playstation. Da ist ja... Da sind wir schon... Also da ist... Da haben wir ja auch letztes überlegt, auch irgendein Kampfspieler zu holen. in den USA oder sowas. Da habe ich gedacht, nein, das spiel ich wieder ein paar Mal mehr. Das war schon cool mit dem eigenen Wrestler und seiner Karriere. Da hätte man sicher auch noch viel mehr dann ausmachen können. Ja, im Endeffekt. Keine Idee, nur was da. Gut, so einen Karrieremodus hast du ja eigentlich. Ja, aber nicht zu zweit. Zu zweit leider nicht. Ja, das meine ich ja. Wir haben das im zweiten Jahr gemacht. Ja. Wir haben überhaupt die Turniere und das alles, das war geil. Ja, sag ich ja. Wir haben ja so eine Art gemacht. Die Meisterschaft immer. Mhm. Und dann die... Einzelnen Titel teilweise. Ja. Wir haben ja dann sogar mal Tag-Teams und sowas rausgesucht und... Ja, ja. Sag ich ja. Und leider Matches und Money in the Bank haben wir gemacht und... Ich weiß ja nicht mehr. Irgendwann war dann immer der Money in the Bank Champion und dann Gesamt-Champion und... Ja, da gibt es einige Matches. Und jetzt sind auch einige Matches dazu. Also es kommen jetzt beim neunten Teil einige Matches auch wieder dazu. Ja. Ja, wie gesagt, bringt halt alles nichts, wenn... Das Problem ist ja, ich kann es nicht alleine rausfinden. Faul. Oh ja, oh ja. Wobei stimmt, wenn ich in einen Multiplayer gehe und mir einen KI dazuhauen kann. Dann weiß ich, das geht. Ja. 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 So, dass man irgendwie in Outlast eine Challenge machen kann. In Outlast? Wobei ich da der größte Noob bin, aber... Ja. Also Outlast ärgert mich, dass man das nicht alleine springen kann. So sehr. Wie kann ich sagen. Hm. Ich weiß es richtig gut so. Dieses... ...setting und so. aber was würde ich jetzt sagen jetzt weiß ich es nicht mehr das ist ein langer weg ich weiß wie dumm ich mich da immer anstelle also aber wird mir halt einfallen oder was ist mit mit irgendeinem challenge in wir haben das kassen sister das wollte auch einmal machen weil da gibt es ein level update gut im pacify meinst du wahrscheinlich aber was willst du noch challenge machen na pacify war das was wir mit dominik gespielt haben ich meine das was wir gespielt haben ah du meinst das escape room aber was willst du da für so eine challenge machen da müssen wir überlegen man war jetzt nur so eine idee was dich ich werfe jetzt einmal so so was die so miteinander spiele man macht die challenge so dann man kann ja auch nicht gemeinsam eine challenge machen einmal schauen wie lange braucht man oder wie lange haben wir gebraucht dass wir das level abgeschlossen haben das könnte man halt auch mit jedem spiel machen was man ja stimmt schonQuiz replaced ja das ist besser ja ja alle ich administrative offen ich vermouth bei aest wo ichube So... Was, Alter, Dominik? Ich hab gedacht, wir hauen da rein. Verstehst? Das hab ich schon gerne ohne Hallo oder sowas. Ja. Wahrscheinlich, wenn wir da jetzt SnowRunner spielen. Und? Eigentlich haben wir ja gesagt, dass wir noch die Woche Raft spielen. Ja, morgen spielen, oder? Ja, hab ich schon Entschwadet. Ja, eh. Aber wenn man nicht sagt zu, dass ich Raft, oder? Nein. Ja. Ja, eben. Aber ich wollte bei der Waft morgen spielen. Eigentlich, ja. Flexibel wie ich bin, hab ich zugestimmt, dass wir Entschwadet machen. Was ist das Problem? Weiß ich nicht. Wer weiß, wann hat das geschrieben? Ach so. Ach so. Er hat nur Euter geschickt. Ich dachte, er hat jetzt können. Machen wir es so Euter machen. Also das ist egal. Wir haben eine Mission. Reparieren den Truck. Ist ja nicht so, dass ich gerade einen Serviceanhänger mit habe. Läuft. Ja, praktisch. Da geht die Rasse. Spielst du eigentlich schon. Boah, haben wir da eh noch Zeit. Aber ich hab noch immer keine Wölfe gesehen. Ich schaue jetzt immer in den Wald ran. Ich hab heute ja wieder einen gesehen. Immer an der gleichen Brille. Aber komplett. Und dann fährst du mit dem Truck bisschen weiter. Das siehst du nicht mehr. Also, du fährst quasi... Nächstes Mal, wenn du eine Stelle hast, würde ich es wissen. Jo. Oder schick mir ein Foto oder irgendwas. Tu einfach was. Jawoll. Eine Mission abschließen oder so? Ja, ich bin nie dabei. Weißt du, was da sagt, er will Videos machen in Missionslänge oder das Video wäre schon zweieinhalb Stunden. Über zwei Streams, Alter. Obwohl, ich hab gestern ein Video gesehen. Fand ich krass. Hab auch Ungelaufrufe gehabt. Der hat, ähm... Sechzehn. Ich dachte, es gehen nur zwölf. Da war's zwölf. Du kannst doch mal kurz mal zwölf Stunden. Krass, dass du es überhaupt weißt, oder? Da war's zwölf. Oder so ein zwölf und vielleicht ein vier. Was? Oh ja, das weiß ich. Weißt du, wieso ich das weiß? Warum? Ich habe mir jetzt so ein kleines Halloween Special überlegt immer wieder. Ich meine, das ist zwar nur ein Aufwärmen, aber es ist ein Halloween Special. Ein Aufwärmen. Dass ich die gespielten Horror-Spiele, die ich in Clips hatte, zu Halloween quasi einen Pfeil hochladen. Also ein Spiel. Dass du quasi zu Halloween durchschauen könnt, was da spielt. Und wenn's Spiele gibt, die länger als zwölf Stunden dauern? Was hattest du für eins? Ich hatte jetzt schon ein paar. Ich glaube, das mache ich jetzt schon zwei, drei Jahre. Ich meine, welches Spiel war wirklich so viel länger als zwölf Stunden? Evil Wolfine, glaube ich, zum Beispiel. Ah, stimmt, ja. Hast du beide Teile gemacht, gell? Nein, erst in der ersten Tabelle. Also im zweiten hast du noch gar nichts Spiel? Nein. Intensant. Oder was noch? Was noch? Raisi, glaube ich. Evil Wolfine hat mich am Anfang mehr geflasht, als das tatsächlich war. Und vom Setting her fand ich's auch immer geil. Weil ich fand das... Sorry, das ist... Das ist... Steuerung und... Und ich gedacht irgendwie... Ja, riesig bin ich jetzt eben am achten Tabelle. Das war... Auf die Wunschliste gegeben. Ich glaube, das Ufo verpixelt euch davon, wenn ich dran zoome. Bruder, du hast schon wieder angesehen. Ja, das ist die gleiche Stelle. Warte, jetzt ist er despawned. Bisschen näher gefahren und er ist despawned. Das ist immer die gleiche Stelle, glaube ich. Oder was ist da? Hat er für schwarze Punkte auf deinem Foto, oder? Normason? Entschuldigung, die sind gebraut oder so. Wo bin ich gebraut? Das ist immer die gleiche... Das ist immer die gleiche Stelle. Warte mal, ich zeig's. Ja, das wird zwar ein Standbild sein, wenn du näher kommst. Das ist weg.